Servus Feldmarschall und sie ist fad. Ich habe eine Idee, Franz. Bitte. Du könntest den Feldmarschall zum Freischuss abgeben. Zum Freischuss abgeben, zum Abschuss freigeben, zum Freistoß abgeben. Ich heiße Bierpreis. Hallo, ich bin Arzt und zwar ein sehr guter Arzt. Geh. Ich habe das schon längst. Guten Abend, Jörs. Entschuldigung. Es tut mir leid.